na ihr beiden wartet mal ich hab was für euch wer ist der größte ja 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 der alte mann bei hardware 2 mit dem cinematic mod 2013 lasst die mich mal raus kennings lasst mich mal raus 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 so denn da geht es nicht weiter aber hier geht es weiter das sehe ich so schon kann ich da drehen so gehe ich auf so dreh ich ja 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 gut gut ich hab was vergessen gut eine tür und bestimmt ein ladebildschirm nein ein erdbeben und etwas geheimnisvolles volles geheimnisvolle musik hintergrund was passiert denn hier ach so ladedaten dann sag ich mal prost ich habe nämlich mir ein wenig nachschub geholt ich habe hier auch noch schnell rein damit kriegt ja keiner mit sieht man ja nicht kommt kaputt oh ja munition munition kann ich gebrauchen wollen mal gucken hier sieht das schon gut aus hier sieht es auch gut aus wir bleiben aber mal bei der oh schnell die taschenlampe aus interessant geht das auch hier nein ich würde sagen das könnte so was wie ein gefängnis gewesen sein hier ist ja nicht mal ein klo was sind das wird das wird bestimmt für hörzellen oder so da ist ein überwachungsraum mit graffiti am fenster hier ist das was ich meine die haben sogar eine heizung drin gut da oben ist ein dachfenster das legnet doch da denn rein hier wenigstens ein abfluss interessante konstruktion ich soll jetzt hier bestimmt die treppe runter gehen huch so ich schaue jetzt in jede zelle rein da ist bestimmt was schönes drin versteckt so wie in dieser hier ein stuhl da ist ein loch in der wand und dieses loch in der wand ist dann der durchgang nehme ich mal an ops ops oh und mach mich mal klein sie haben hier nichts gelassen ich tue mal so na gut ich lasse licht an damit ihr auch was seht hier geht es aber nicht weiter mal schauen da hat doch irgendwas geschossen ah das ding hier da hab ich doch was gegen ruhe ruhe in der truhe oh das war zu schnell gedreht so schön langsam sieht das nicht klasse aus wenn man überlegt was so ein bisschen aufpeppen macht wie gesagt das spiel ist zehn jahre alt ich wiederhole das gern wollte ich immer noch wieder wo ist der denn ach da kommen wir da hin nein den wollte ich doch nehmen nein den wollte ich nehmen auf meine armen ameisenlöwen zu schießen sowas oh hier geht es gar nicht weiter hier geht es weiter ich hätte gar nicht so fummeln brauchen komm schieb deinen dicken Hintern hier durch hallo Freunde bis jetzt geht es ja ganz entspannt ob man das hier kaputt machen kann nein oh da will ich rein ja geht mir alles verdammt reicht nicht ganz so aua äh den ich wollte gerade wieder F5 drücken das wäre ein bisschen blöd gekommen hier geht es hoch ach hier bin ich ah da ist nichts drunter was ist denn das da von der Ballerei übrigens so ich mach mal ein bisschen Licht aus da ist der Ausgang brauche ich nicht schade eigentlich oh ist hier irgendwas was ich brauche oh wollte ich nicht ja sah sowieso nicht mehr so gut aus das Regal so dann nehmen wir jetzt mal ihn hier und dann gibts so oh ich hänge blödes Spiel wo hab ich hier gehonkt hier in der Ecke irgendwo ja ah hm hm Kacke. Eigentlich könnte ich ja auch dazu die Pistole nehmen, ne? Hm, hm, hm. Oh! Oh! Gar nicht gesehen. Sind hier noch mehr von diesen Mitessern? Ne, sieht nicht so aus. Hehe, kannst mich mal. Huch! Ey! Mein Kopf gibt's nicht. Was für ein Code? Oh. Oh. Ich glaub, ich muss hier runter. Wer piept denn da? Oh! Oh, nicht so laut. Ah, den hab ich ja vorhin schon weggeschubst. Jetzt ist da oben noch einer zum Wegschubsen. Ist hier was drin? Nein? Der sieht mich jetzt nicht, ne? Oh, da brennt Licht. Da gehen wir mal gucken. Oh, toll, ein Bett. Oh, toll, eine leere Zelle. Hier kann ich runter. Hier kann man lang kriechen. Hier ist nur ein Loch. Und hier geht's auch nicht weiter. Und hier liegt auch nix drin. Ich mach trotzdem mal so. Und ich muss mich jetzt da oben um die Selbstschussanlage kümmern. Die mich jetzt gleich sehen wird, wenn ich hier reingehe. Da! Das kommt davon. Wenn man nicht aufpasst. Den wollte ich nehmen. So. Na, das war fast gut. Äh. Ich treff sie nicht. Ich treff sie nicht. Oh, den muss ich nehmen. Kommt was. Oh, könnt ihr auch hier mal schauen? Ist hier was Schönes? Nein. Lampe aus. Oh, kommt wieder zu mir fast. Sehr schön. Ah, einen hab ich erwischt. Einen. Jetzt ist der da noch. Zu tief. Genau richtig. So hatte ich mir das gedacht. Oh. meine armen Kinder erschossen hier. Geht die Tür auf? Nein. Was bedeutet es, dass wir eventuell hier lang müssen? Ist hier denn noch was Schönes? Nein. Spiel ist wieder sehr sparsam zu mir. Aber mir geht es ja auch eigentlich einigermaßen gut im Moment. Ich mach mal Licht aus und lade Daten und nehm einen Schluck Getränk. Oh, die... Ah. Ladepausen sind erstaunlich kurz. Im Moment wollte ich nur... Ah, das machen wir anders. So. So geht's auch. Alles kaputt. Kann ich gut. Ah, ich ahne was. Ah, ich ahne was. Das ist doch hier wieder eine kleine Arena. Da sind Explosionsfässer. Die muss ich runterhüpfen. Dafür würde ich speichern. Lampe aus. Sag ich doch. Das sind gar keine Explosionsfässer. Da sind Explosionsfässer. Hör dich doch. Uhuhuhu. In allen Mitteln. Oh, Gott sei Dank. Was denn? Gar nicht. Ich hab das doch gut gemacht, oder nicht? Hat auch gut geklappt. Das dicke Vieh. So, dann wollen wir schauen. Gibt's denn hier was zu holen? Das war bestimmt auch nicht der letzte Ameisenlöwe hier. Habe ich noch was übersehen? Na, ich muss gerade nicht. Ah, Munition. Na, das waren Gemeinschaftstuschen. Na toll. Ich denke mal, hier geht's weiter. Da werden wir... Nein. Den brauchen. Na gut, ich mach's ordentlich. Und... Halt! Komm! Muss ich dich da ran? Geht doch! Hallo, Freund. Bist du eine gute Kiste? Nein? Du bist keine gute Kiste. Hallo, Freund. Hm. Die wird nicht abgehauen. Sterbt wie Männer. Ja, Sichtkontakt. Und das war das Letzte, was du gesichtet hast. Oh! 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 da muss ich was gegen tun. Oh Mann, schmitte! Oh, aua! Lass mich mal durch, Kind! Ich will da ja auch nicht hin. Gut gemacht! Gut! Erstmal nachladen. So. Ist hier noch Munition? Nein. Wer schießt hier? Da wird... Da ist noch ein Mann, schmitte. Da ist noch so ein Ding. Ist von hier die Tür auf? Nein. Au! Alarm ist alle. Immer weg! Ich komme hier durch, ja. Licht. Stopp! Stopp! Was haben die denn hier gemacht? Oh, die Schweine. Ah, nee, doch nicht ah. Hier ist aber auch gar nix. Nix. Davon ganz viel. Huch. Ich komm hier nicht mehr raus. Lass doch fallen. Ich hätte ein bisschen gern ein bisschen Energie. Na, vielleicht find ich ihn in der nächsten Folge. Das sind meine Freunde. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.